Slaverei ist, wenn man so will, wenn ich mir jemanden nehme, der mir zur Verfügung steht. Was bedeutet das, dass Ihnen jemand zur Verfügung steht? Er steht zur Verfügung und arbeitet für mich, wenn ich ihn rufe. Das ist es, was ein Slavet tut. Wie kam die Slaverei hierher? Was genau meinen Sie? Wir kennen die Slaverei von unseren Eltern und Großeltern. Wir haben sie vorgefunden und von ihnen übernommen. Schließlich ist die Slaverei auch vom Koran erlaubt.